Yo Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Vf3 mit dem Wilms... Herrschaft! Ah, da ist er! Und... Underground! Und ist angesagt. Fucking 3! Achso, ne. Das war nicht mehr. MW fucking 3 auf der minderbemitteln Welt. Underground. Ey, das ist ehrlich gesagt. Wie geht denn Herrschaft überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Na, du musst, du musst, du musst die Punkte einnehmen. Also ich nehme mich nix ein, okay? Lauf ich weg. Ja, genau. Und halt Leute killen, ne. Die, die in den Weg kommen und so. Muss Leute killen, ne. Was? Nein! Ich war gleich mal tot am Anfang. Die wollen bestimmt wieder an Aran. Du bist hinter mir. Lolololol, ich hab Schüsse gehört. Das ist er, das ist er, das ist er. Bam, Junge. So, ich kann alles. Du kannst alles. Und noch viel mehr. Wenn nicht der... Wilms von Wilms Racing wär. Oh, die quatschen mir aufs Ohr. Ich mach dir gleich mal stumm. Ah ja, ich muss die auch mal schnell ausschalten, alle. Lol. So, haben wir gesichert. Ja man, haben wir mega gut gesichert. Lol. Da kam gleich einer um die Ecke. Oh, sag mal. Das war ja mal nie so cool. Sag mal. So. Nein. Oh, gemessert, alter. So, es steht 0 zu 4, das ist super. Bei dir? Oh, das ist, das ist natürlich wirklich sehr gut. So muss das sein, hab ich gehört. Und wir verlieren die B schon wieder. Das gibt es doch auch nicht, ey. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich bin super. Hi. Hi. Oh, da war noch einer da. Da ist einer, da ist einer. Ja, der tötet mich ganz Zeit schon. Das gibt es doch gar nicht. Oh, weia. Na, Willi, da hat dir wohl deine, deine zahllosen Stunden offline zocken, haben dir wohl nicht so viel gebracht, wa? Scheiße. Zahllosen Minuten? Ja. Wir haben weh verloren. Deine drei Minuten offline zocken? In den drei Monaten, wo du kein Internet hattest? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Der will dich verarschen oder was? Oh, ein Kill. Ein Kill? Hammergeil. Alter, irgendwo ist hier auch ein Sniper. Ich Sniper gerade. Ach du Sniper gerade? Für die Gegner, für die Gegner. Ach, für die Gegner, Sniper du gerade? Ich spiele eigentlich One Hand Power und dann mache ich halt zwei Gays haltig. Ja, klar. Ja, genau, genau. Ist richtig. Ja, oder nicht? So, das war mal wieder einer. Ich zocke grad mit der PP90 am 1, ganz geile Waffe. Oh, da kriegst du ein Headshot. Ich hab fast B gesichert, ey. Ich wär fast super gewesen. Du wärst fast super gewesen. Jetzt bin ich ganz super. Jetzt bist du nur halb super. Oh, ich hab ne Drohne. Und werd mal B sichern. Jawohl. Ha, ha, ha. Ich hab mir geklaut noch schnell. Ja, hast du noch? Hammergeil. Ich glaube, meine Sachen auch mal recht zusammen im Kick. Und dann hörst du auch alles. Ja, 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 ja. Es ist richtig. So und nicht anders. Klein und clever klauen im Kick. Loll. Klein und clever klauen im Kick, ja. Klein und clever klauen im Kick, ja. Klein und clever klauen. KKK. Loll, hinter dir ist einer. Hinter mir ist einer? Ich bin gestorben, hä? Mit Ansage bin ich gestorben. Oh mein Geil. So muss das sein. Lol. Ich bin tot. Das kann nix. Hihihi. Nihihi. Lol. Lol. Ich wurde hinter euch ge... Lol. Ich wurde von da gekillt. Von da gekillt? Von da, von hier und dort und überall. Das ist doch nicht mehr. Sag ich mit Hyperschall. Was denn das für Pros, ey? So gut bin ich gar nicht. Oh, fuck. Ja, ein Quickscoper mit einer goldenen MSR. Ich hab gedacht, ich bin awesome, aber so awesome bin ich anscheinend gar nicht. Awesome. Nee. Irgendwie nicht so, ne? Oder ist es einfach nicht deine Runde? Es kann natürlich auch sein. Ja, das wird so sein. Was anderes kann gar nicht so sein, wa? Nee, das ist unmöglich. Ich schütze grad B. So, ich hab mal C gesichert. Das ist nur nicht mal euer Ernst, oder? Ich glaub ich nicht mehr, ist ein Snipergewehr. Ja. Schnapper? Bist du, aber du, die sind, die sind ein bisschen besser am Quickscopen als ich, ne? Ach komm, ich hab dich ja immer, ich hab dich immer besiegt im Quickscopen. Ja, und deswegen sag ich ja, die sind ein bisschen besser. Ich hab dich immer besiegt im Quickscopen. Ja. Oh, ich sag ja, die sind ein bisschen besser, glaub ich. Was denn du bist scheiße, Mann? Deine, deine, deine Scheißheit ist so scheiße, dass ich schon scheiße. Auf jeden Fall. Da hast du sowas von Recht. Boah, hab ich geil, hab ich geil, hab ich geil gescheißt, äh ne, geschossen. Gescheißt. So. Jetzt hab ich ne 3er-Punkte-Serie, jetzt hab ich die Drohne, jetzt läuft, jetzt läuft. Oh du, 3er-Punkte-Serie? Oh leu, ich bin tot. Oh du hast 5 zu 12, das läuft auf jeden Fall. Jetzt hab ich gewonnen, jetzt hab ich gewonnen. Was hast du gewonnen? Pass auf, pass auf, gleich, gleich gewinn ich. Alleine, ja. Warte noch, warte noch. Warte noch. Warte noch. Jetzt hab ich verloren. Scheiße. Deine negative Aura hab ich runtergezogen, ey. Meine negative Aura haut er raus. Ist ja der Hammer. Ich muss einfach reinkommen hier. Ja, 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 ja. Es ist klar. So. Die haben wir soweit gesichert. Wir haben ja grad ein bisschen Zeit zum erzählen. Ja klar, ähm, ich weiß gar nicht was ich erzählen soll. Also heute, heute die, äh, Hero Brine Aufnahmen und so, die waren, die waren legendär, ja. Legendär. Aber die werdet ihr nie sehen, weil ich die alles schon gelöscht hab. Weil die alle kennenlernen. Hast du alles schon gelöscht? Ja, ne. Ne, ich hab ne Predator. Ich hab, ne Kill. Du hast ne Kill. Die besser als den Predator. Die besser als den Predator. Oh, da fliegt einer. Wieso? Der ist dead. Oh, ich wollte dir den Messer an ey, warum geht der? Ja, komm, ich hab, hau dir auf dich stressig. Na komm her. Na komm her. Ich hab, ich hab Schalldämpfersum. Bei mir sehen sie es nicht so unbedingt. Und ich hab den Heid dann bitte Dankeschön. Aber ich brauch kein Schalldämpferscheide, weil es nur für nichts ist. Ja, das ist richtig. Bin super. Du bist, du bist super. Ich bin gestorben. Ja, das ist das natürlich wahnsinnig super. Das ist das super. Äh, gleich packe ich meine meine FNW 9 aus. Und dann, äh, cheat ich mich, bis es mir besser geht. Oh, haha. An was war das wohl angelehnt? Weiß auch nicht. Das war, glaub ich, äh, Homer Simpson 93. Homer Simpson 93. Auf jeden Fall. So, Kinderabend ist gestorben. Der wurde gekillt. Ja, hammergeil. Ne, der heißt nur Ki-Arm. Ach, Mann. Ja. No, genau ey. Das ist voll der Hacker ey. Voll der Hacker. Alles, alles Hacker. Alles Hacker. Alles Hacker. Alles Otzen, ey. Alles Otzen. Alles Otzen. Die muss man wegrotzen. Otzelotz, ey. Alles Otzelotz. Otzelotz. Otzelotz? Oh, haha. Ey, lässt du mal meinen Heitler im Himmel, du Arsch. Nee. Ich hab's nachgeholt. Nee, du ja nicht. Aber so ein, so ein anderer hat's. Oh, von hinten. So, ähm. Mach ich auch noch eine Drohne. Hm. So, ich hol mir jetzt C und dann hab ich, ich bin fast gestorben. Und dann bin ich gestorben dabei. Na, du bist gestorben dabei, ne? Das ist doch. Ich hab mir jetzt C und ich hab mir dann nicht anders. Ich spiel jetzt mein Körper. Ich mach jetzt Schatten doppelgänger und dann mach ich gleich alles. Alter, wir haben gerade alle, alle Positionen. Ja. Nur wegen mir. Ja, auf ihn. Lol. Ich krieg ein Head. Nee, keinen Headshot aber. Und falls sich irgendjemand fragt, ob ich mich über meine eigenen Skills lustig mache. Nein, ich mein das ernst. Oh ja, das ist das glaube ich dir sogar. Du meinst das todernst? Ja. Ich hab hier einen Sniper vor mir. Ich werde ein bisschen begutachten. Ja, mach das, mach das. Ja, da wird's runter. Ich sterbe. Ja, das... Ich hab meinen Sniperfreund angeguckt, weil es dann tut er mich einfach der einer zu, ey. Was soll denn das, ey? Nein. Oh. 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 Ich bin grad voll, voll schlecht, Alter. Grat. Ach, halt die Phrasen. Nein! Oh, das ist positiv. 19, 13, was ist dein Punkt? Ja, nicht mehr. Ich hatte 17 zu 10 und dann hab ich jetzt bloß verkackt. Oh, aber wie... Wir gewinnen, hörst du, hörst du diese coole Gewinnermusik? Ich hör diese Kulung mit Gewinnermusik und fühl mich jetzt übermächtig. Oh. Du fühlst dich auch richtig. Das glaube ich überblechlich. Was ich in den letzten paar Tagen gesagt hab, wenn die ganzen tausend Folgen, die alle wunderbar sind. Ja. Doch, bei Fun-Border kann man glaube ich eine gucken. Bei Fun-Border? Ja, genau. Ich hab mich dreimal übermächtig gesagt. Lol. Ey, sie sind hintereinander. Ey, dieses... Ich sterbe grad nur. Nein, 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 nein! Boah, muss ich denn nachladen, ey. Ich hab dich gerecht, ey. Lass mich gerecht. Oh, hammegeil. Oh, wir verlieren B. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Bintastik. Boah, ist das Bintastik? Ja. Ist aber richtig widerstatt gewesen. Passt nicht. Oh ja. Damit solltest du es zum Netzteil des Jahres ernannt werden. Ja, das... Genau der Meinung bin ich auch. Lol. Oh, also kurz bevor ich eingenommen hab. Alter, dein Ernst? So. Ich hab wieder einen Rechter geholt. Jetzt bin ich... Jetzt erst recht hab ich gekriegt. Das gibt mir einen richtigen Motivationsschub. Das ist... Das freut mich, ja. Zu dem ich jetzt auch noch hier nochmal einen Kill mache. Und jetzt hab ich eigentlich schon gewonnen. Jetzt hast du... Lol, wo war er denn? Oh, Alter, sind doch unterwegs. So, Alter, wir haben ja gar nichts mehr. Ich wohne grad was, bin aber dabei gestorben. Ja, ich hab noch mal eine Drohne gekriegt und das ist richtig stark. Das ist richtig, wirklich. Das ist eine sehr, sehr starke Leistung. Ich bin begeistert. Absolut, absolut. Ich hoffe, ich schreibe heute nicht so viel. Nee, nee. Meinst du, meinst du nicht, dass du heute ein bisschen schreist? Nö, nö, nö. Bleibst du heute ruhiger? Ich bin heute ganz ruhig, ja. Na, das... Ich hab heute einen Assist gekriegt und hab dabei... ...dabei über... ...über 1000 Punkte gekriegt für einen Assist. Ein Assist und ein Besis, das macht ein Zhesist. Oh, Mann, ey. Diese Logik kann ich nicht entbringen. Und ich muss jetzt... Da bist du nicht... ...nicht konform? Nicht Chloroform. Ne, genau. Chloroform. Oh, wei, 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 wei. Ich mach grad schon einen Tag an meine Lehrer. Und ich werd's nicht überleben. Scheißen. Was? Äh, dabei grüße ich meine Lehrerinnen. Eine Lehrerin? Ja, bei Chloroform. Chloroform. Ach, ich... Chloroform, wie wir alle wissen. Ah, ja, ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Es sind diversen Szenen vorhanden in den Chloroplasten. Dort sorgen sie dafür, dass die Photosynthese Einzug hält und die Pflanzen Kose reden. Ja, ja, genau. Ganz deiner Meinung. Und, äh, und Sauerstoff. Genau, genau, genau. Was für ein schöner Enkel. Was für ein Harz-Koper. Oh, da bin ich. Oh, mein Gott, Willi ist drinne! Oh, lol, und ich hatte die ganze Zeit, äh, Select gedrückt. Entschuldigung. Deswegen hat man dich nicht so ganz gesehen, aber man hat dich gesehen. Hast du was gesagt? Ja. Ich hab' eigentlich was gesagt. So. Und, äh, was, was machen wir jetzt nächstes zocken? Eine Runde machen wir noch? Oh, ne, du kleiner Elefant. So, was, äh, sag' mal, warum machen wir jetzt hier was raus? Was willst du jetzt zocken? Was willst du zocken? Was willst du zocken? Was willst du zocken? Ne, du bist gar nicht für nichts mehr. Hallo, hörst du mich noch? Das ist ja super. Hörst du mich noch? Läuft. Okay, wir werden mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Dann komme. Und die haben mir dann gesagt, äh, ne, die Mut hat nicht unterschrieben. Ja, ja, okay, okay. Äh, aber Aufnahme hatte ich pausiert, jetzt läuft sie wieder. Sehr gut. Ich habe mein, 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 kein Spruch hat man gehört. Ne, hat man, ja, vielleicht, ja doch, doch. Ich denke mal, das ist, äh, reingeschnitten. Ja, das ist das schneide ich rein. Nein, der schneide sie jetzt raus. Ich schneide jetzt raus? Ich warte auf die neue Runde. Ja, was, was willst du zocken? Ich hab dich doch gefragt. Ja, ich zocke jetzt hier, äh, ich packe meinen Koffer mit, äh, 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 äh. Ich kenn mich nicht aus. Lass mal infiziert spielen. Okay. Dann sag ich doch doch vorher. Dann sag ich doch doch vorher. Hab's doch gesagt. Hast du gar nicht so viel zu spät? Ich hab irgendwie Bock auf infiziert. Ich hab das Ganze eben gespielt. Ich fand's irgendwann mal geil. Infiziert? Ist meine Buschleitung, äh, die nach, die nach Buschhausen führt. Nach Buschhausen? Ah, cool. Äh, die hat mir damals den Spaß verdorben. Ja, 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 das ist, glaube ich, aber infiziert ist schon ganz geil. Mit der fmg9, bis es mir besser geht. Da haben wir so. Du solltest halt mal lieber den Luftraum überwachen. Dance somewhere over the rainbow. Ja, klau mal nicht die ganzen Ideen hier von irgendwelchen bekannten Künstlern. Was, bekannt? Das war doch ein völlig unbekanntes Lied, oder? So, und wie viele Leute hier? Es, ähm, es ist ja schon längst gestartet. Wie viele sind denn tot? Zwei. Zwei, zwei sind, äh, böse. Ich bin böse. Und wo, wo, wo bist du eigentlich, Willi? Ich bin hier oben in der Mall und, äh... Und du bist, und du bist tot, oder was? Nee, ich bin live. Das läuft. Und hier kam mega schocken, ey. Du lebst mir einfach mal ne Granate neben, in die... Oh, ich bin hier oben in die... Ah, Willi, Willi, Willi! Willi, Juhu! Juhu! Warte! Scheiße! Ich habe Angst, jetzt gehe ich in die... Ja, okay, ähm, wir... Wir sollten uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Äh, wo... Wo wollen wir hin? Äh, toasty high five! Da, Achtung! 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 Ah, hier, 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 kommt einer! Wo, 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 wo! Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Ich habe ihn! Ja, im Bier, im Bier, im Bier! Ach, ne, hinter dir! Ich habe ihn! Okay, es läuft, es läuft! Ich bin stark, der ein Stier, ein Stier, ein Stier! Ein... Ein Stier mit einem Bier, ja? Nein! Ich bin gestorben! Ja, das habe ich gesehen! Egal, ich bin super! Nein! Ich bin gestorben! Egal, ich bin super! Nein, jetzt ich auch! Oh, da... Da konnte ich nichts machen! Naja, was soll ich, ne? Was soll der Geiz? Ne, no, drauf geschittet, alter! Und, äh, hier war einer, und den habe ich, äh, nicht getroffen! Ah, ich habe identifiziert! Ich bin so awesome, ey! Boah, du bist so geil! Warte, warte, warte! Nein, ich will nicht mehr! Nein, ich will nicht mehr! Ich renne dir hinterher! Bleibst du wohl hier! Na, sag mal! Na! Und dann los! Ich renne dir grad mal! Der Hero Boy Modus ist aktiviert! Hier auf jeden Fall! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Äh, ich sehe gar keinen! Erstmal dich, erstmals Tossi Messer! Nein! Lass mich in Ruhe! Wo sind die denn, alter Schwede? Ist der Hammer! Im Irak! Im Irak! Im Irak! Ballern die da ein bisschen rum? Ja, genau, genau! Sollten wir lieber nach, nach Nordkorea gehen! Was wollen Sie denn da? Ja! Auch ein bisschen rumverlangen! Das ist ja unrealistisch! Das ist ja unrealistisch! Oh, wir haben gewonnen! Jo, ich bin vor ihr! What? Das glaube ich nicht! Guck mal an! 1, 1, 2! Ja! Kannst du mal anrufen? Mal gucken, wer dran geht's! Oh! Darauf wäre ich nicht gekommen! Geil! Ich probier's gleich! So! Und ich würde mir sagen, damit ist die erste Folge wieder mal vorbei! Und wir sehen uns gleich wieder! Bis dahin! Tschüssikowski! Ah! Ah!